Hallo, willkommen! Hallo! Wir wollen noch wieder reden über welcher wir dort von der Gäste der Welt in den Titel der Welt anbringen. Was Gott uns versprechen hat und was wir vielleicht noch nicht sein. Oder was wir noch nicht sein. Du hast immer mehr, als was wir sein. Weil wir glauben, dass wir sein und das ist immer mehr. Wir wollen das Heumel oder etwas haben. Aber wir sollen immer und immer in der Schrift sagen, dass wir alle der Glauben. Der Glauben ist die Gewissheit, dass wir dort kriegen, auf was wir hoffen, wenn wir nicht sein, wenn wir nicht wiblen. So der Glauben ist die Brie. Von was in der ersten Welt passiert ist, was Jesus uns verschaffen hat, Wir glauben dort und haben auch die Glauben zu lernen. Und dann fangen wir dort an zu sprechen. Und dann fangen wir dort an in dieser Titel die Welt anzukommen. Dort kommen wir eine Tiete da und haben. Das heißt, was wir sehen. Weil wir sehen, dort warten wir 40 nächsten Tage, wo wir nicht guten Karten bleiben. Weil wir haben Karten gesehen. Wenn wir uns dort haben, dann haben wir eine Tiete da und haben die Tiete da. So ist dort Gottes Regeln. Wir wollen nachher über die Glauben reden, wo das Jesus Christus gibt. Wo arbeitet Gott das Regeln. Mir ist das sehr wichtig. Und so interessant ist, wenn wir uns dort so einfach arbeiten. So ist dort arbeiten nicht. Und Gott hat das so einfach gemerkt für uns. Das wird mir anders so kompliziert. Wir denken, wir möchten uns das verdienen. Du hast uns dort nicht. Dann sagt Paul. Dann sagen wir, ich finde ich nur die Frage, wenn wir uns die Dinge wollen verdienen. Das wird die Gnode dort für Frieden. Wir können es für Frieden haben. Im 2. Korinther vorher sagt ich, wo wir es wie im Glauben, den solchen Gäste haben, so ausgeschrieben steht. Sie sagt, wir haben es nicht zu freuen. Wir haben es nicht zu sein, dass Gäste ist im Glauben. Wir haben Gäste, wo immer ein Gäste ist, dort ist es im Glauben. Das können wir nicht sein. Wir können die Präsent, wir können die Gängur, wenn wir uns mit Gott in den Gäste aufgeben. Wenn wir uns mit Gott in den Gäste aufgeben, dann können wir Gott in den Gäste gehen, wenn wir uns mit Gott in den Gäste aufgeben. Aber das ist nicht so, was wir uns mit dem Glauben nicht beantworten können. Das ist alles im Glauben. Aber wir haben es wie im Glauben in solchen Gäste, so ist geschrieben steht, Ich glaube, in Duwehn habe ich geredet. So glaube ich auch in Duwehn reden wir. Was meinst du hier? Was immer in der Bibel geschrieben ist, das lebe ich. All die Versprechungen, was wir anhand haben. Das lebe ich. Wer ist Gott, wer ist das geschrieben? Das Gott ist in Wur. Man hat gesagt, dass Jesus erst von der Sinn gestorben ist. Aber das kann man sein, dass Jesus nicht kritisch ist. Und dann sage ich, dass das für meine Krankheit gestorben ist. Ich kann das nicht so sein. Weil ich glaube dort. Und dann heißt es, dass Schwaner für die Krankheit die Glauben aus Versinnen vergibt. Krankheit ist der Fall. Ja. Und das ist ein Fall, der wir unter Kontrolle bringen, indem wir ein Bildung, was wir glauben, in was geschrieben ist, und nicht darüber wird wie ein Fall. In Vers 18 sage ich, dass wir nicht nur dort, wo es zu sein ist. Aber nur dort, wo es nicht zu sein ist. Wie es wird zu sein ist, erst für diese Zeit, wo es nicht zu sein ist, als ewig. So, wir gehen mit dem Glauben. Wir gehen mit dem Glauben und wir sprechen mit dem Glauben. Und so aus wie sprechen, wo wir auch leben. Wo wir nicht trüblen. Dort wird eine Versprägung, dort wird eine Aufkunft, dort wird wir haben für Jesus. Dort wird Jesus auf uns versorgt. Wie wir hier in Abraham, in seiner Geschichte, Römerfeuer, Vers 17, so aus dort geschrieben steht, Ich habe die Entführer über Vielfälte gemerkt. Gott hört noch, das wird noch nicht in der Titel gewählt, aber in der jäste Welt. In der jäste Welt, wie das auch passiert als Gott zu Abraham, das hat die Entführer gemerkt über Vielfälte. Ja. Ja, wenn ich hier vorhin noch nicht nur den Sehen aus Gott am Führer mögt über viele Fälte. Und wenn ich nur den Sehen habe, dann wird es dann am Führer über viele Fälte sein. Eigentlich. Kriegsgut aus dit stemmt, so stemmt er auch dort eckendu, mit alle geestlichen Sehnungen gesehen sein. Amen. Wo bringen wir da aus? Kriegs aus Abraham. Kriegs aus Abraham. Weg ins Wort, Weg ins Wiese, nun unter dem Sehen von Abraham. Amen. Aber haben wir in dem Sehen nicht das Gesatzt, aber haben wir in der Genur. Aber haben wir fern gesatzt, und Luther hat noch das Gesatzt. So, ich habe die Entführer gemerkt über viele Fälle gemerkt, und die gehen wird von Gott, und die, und die du glaubst, und die du es dort leben darfst, und dort für den Tag bringt, was noch nicht du hast. über ich mal das Gesatzt wurde. Ich war 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 das Gesatzt wurde. Und dann konnte ich Gottes kauf, was in uns wohnen, wenn ich sage, ein Verschneiden, die in 20 Zeit, der Kauf von Jesus von dort abbieg, wohnt in uns. der Kauf, kann er dann in den Titel jeweils anbringen, wann wir Gläuwen wieder sprechen, wenn es dort leben wird, als in der Kauf von uns zu tun. Amen. So, Abraham hockt noch, als auch nichts zu hoffen wird. Sie, Gott sieht dort, und heute glaubt das, aber in seine Übung, in seine Übung wird allmählich. In der Titel jeweils wird allmählich. Ober Gott. Ober Gott. Dort heute noch ein Führer überfehlfältiger worden wird, so aus, an wie gesagt worden, so viel sollen dienen noch kommen sein. Hört mal. An wie gesagt worden, hey, Abraham sagt, ich werde beschlägen. Wenn es was? Wenn es, Gott sieht dort. Verschneiden, heute leiten wir nicht nur im Glauben, wenn er dort doch, Hört mal. Habt ihr hier noch Trübel geholt mit, ah, wird es vielleicht auch nicht passieren? Ja, wenn es der dachte und, der dachte und, aber, was sagt er hier? Hei leiten wir nicht nur im Glauben, wann er dort doch. Hei leiten wir nicht nur, hei glöd, hei leiten wir nicht nur, Gott hat gesagt, und Gott war da doch. Gott hat gesagt, und er war da doch. und er hat gesagt, dass er nicht nur im Glauben, wenn er dort dachte, dass er nicht nur im Glauben, so gut und stört wird, weil wir heute 100 Jahre alt sind. Und er sagte, er hat alle kein Leben in sich gehört. Nicht nur Menschen, oder nicht nur im Bett. Für Menschen sind wir das auch wieder vorbei. Das ist auch wieder vorbei, ja. In Laaricht. Ja. Wir kommen schon nicht hin, ja. Aber Gott hat gesagt, worauf Gott nur von uns gesagt? Gläufe ich dort. Gläufe ich dort. Dort ist Gott zufrieden. Wann wir glauben? Ja, ich sage, alles ist möglich, für den, der wir glauben. Mhm. Für den, der wir glauben. Aber in diesem Glauben trifft er nicht. Und dort wird Gott am Versprechen hören. Halt mal. Und Gott sagt, er hat die gesehen, erklär Gott. Wo ist dort? Ah. Dort sind Wut, dort sind Wut, dort sind die Sprechen. Wut kannst du nicht sein. Amen. Aber wir können dort auch nehmen, im Glauben, dann kann das in uns Leben kommen. Dort ist der Brei. Die Glauben ist die Gewessenheit. Krass ist das hier so. Heute war im Glauben immer stärker, und jetzt gerade die Ehe. Halt mal. Hier gibt es gerade alle Ehe. Es war heute immer stärker. Mhm. Im Glauben war er immer stärker. Ja. Der Titel gewählt heute noch nichts geändert. Der Titel gewählt auch, so ging das immer wieder für mich. Ja, ging wieder auf. Ja. Ich glaube, von der ersten Rede, dass wir den Führer waren, dort legt wir ihn für ihn, finde ich ja. Wart er den Hof. Ich glaube, dass wir ihn für ihn, finde ich ja. So, ich kann auch nicht so lange flühen. Amen. Man. Und wie wir sich ganz Sachen und Gott ihm dort geben können, wo er ihm versprochen hat. Okay. Ich weiß nicht, wie er das geht. Sarah, ihr Mutter, hat kein Leben in sich. Und wie wir sich Sachen und Gott ihm dort geben können. Wo viele gute Sachen haben wir nach ihm kommen, wo wir nach voll gut nicht verhalten. Mhm. Voll gut nicht verhalten. Wir sind noch nicht so alt. Wir sind noch nicht so alt. Wir sind noch nicht 100 Jahre. Wir sind noch lange nicht so wie derges Abraham wir. Wir haben auch viele Versprechen, wo wir keine Gemeinden. Wo Gott uns zu sprechen hat. Die Sehnungen. Die Fried. Die Geduld. Die Fried. Die Leut. Und er hat uns gesagt, so können wir noch alle Leben in dem Leben übernehmen. Übernehmen wir dort um uns. Oder sagen wir, ich ziehe mir das ohne Pilger. Ja. Ich stelle mit dir an. Du wirst dort leben. Mhm. Du wirst leben, mit dem du redest. Ja. Wie wir sich die Grundsache, die Gott uns dort geben können, wo du einen Versprechen hast. Und wenn du weinwollt, an Gottes Gerechtigkeit ungeregt. Mensch. Wenn wir an Gottes Gerechtigkeit ungeregt haben, haben wir von Gott. Da haben wir Glauben. Wird der Glauben, wo Gott uns versprechen haben. Ja. Du wirst uns glauben. Da wird uns ungeregt. Dort wird eben nicht bloß an Sintogen geschrieben. Dort wird uns geregelt worden. Und auch an uns holen. Wird wir glauben. Und dem, der Gäste von dort abgewacht haben. Warte mal. Hier, die da waren dort von dort. Hier in den Flachen. Von einem Augenblick. Und, hey. Krieg sind wir mit uns. Wenn wir glauben, dann wird uns dort abgegeben worden. Und wird uns versprechen lassen. Und wo wird uns versprechen lassen? Versprechen. Aber haben wir gesehen, versprechen worden. Wodurch die ganze Welt wird gesehen worden. Oder die ganze Welt wird gesehen worden. Oder die ganze Welt wird gesehen worden. Wodurch uns versprechen worden? Uns als Fried, Fried, Idyll, Leute, Das ist versprechen geworden. Das ist in uns. Abraham wird nicht. Der wird nicht in uns. Ja, aber ich sage, wie wir nicht waren. Die Bibel sagt, der fahle Gott, der wohnt in uns. Und er sagt, der Gott ist weg. Dort ist nicht mehr im Himmel. Dort ist nur in uns. Der Gott ist weg. Der wohnt in uns. Lukas 17, 21, der 20 und 21. Ich sage, der war nicht mehr bei uns. Du bist der Gott ist weg. Da, da, da. Nein, nein, nein. Der Gott ist weg. In uns. Der wohnt in Hibam. Hibam wohnt dort. So läuft wieder los. Die Gläuven. Woran sie versprechen lassen? Und sein. Da wird das passieren. Ja. Das wird uns versprechen lassen. Das wird auch gut. Und bei uns hoffen, wir uns wie Gläuven und dem, der Jöses von dort abgewacht hat. Da er nur angegeben wird, von uns sind zu sterben, und von dort abgewacht wird, dort wir können ja reichfertig werden. Warte mal. Ja. Ja. Und wo die Maria sagt, fuhlt mich nicht an. Ich sage sie noch nicht. Ich fuhlt mich an. Ich fuhlt mich an. Ich muss erst durchführen. Und ein zweiter Mann trägt, nicht hätte ich mich an. Ein zweiter Mann sagt, das geht nur mich. Das ist ja. Fuhlt mich an. Das war eigentlich für Thomas. Ja. Das war eigentlich für Thomas. Das war eigentlich für Thomas. Ich glaube nicht, dass er sich so leicht nach einem Wort soll erloten. Ich habe hier schon. Einige Menschen haben sich so ein in der Gestalt. Ich glaube, dass es passiert. Aber sie sind fast, dass sie dort, wenn wir dort laufen. Ich glaube nicht, dass sie dort stehen. 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 Gott ist Gott. Gott ist Gott. Sie können es nicht mehr sein. Aber sie sind fast dort, wenn wir dort glauben. Wenn es in Thomas sagt, du glaubst nicht, wie du mir sein hast, soll ich sein, wo du nicht sein, und doch glauben. Ja. So wenn wir wirkliche sehen sind, dann glaube ich bloß, was du sagst. Ja. Er blieb nur ab Sturm. Gerade in und wo nicht in der Titel der Welt auf alle gehen und sind. Gerade ist Abraham. Weil Herr Duran dachte, dass sie in Chapa wäre 100 Jahre alt in Zahra kein Leben in der Mutter lief. Kein Leben. Kein Leben in der Mutter lief vor. Ein Triebel da noch nicht. Er sagt, nein. Gott hat mir zu versprechen. Das ringt von Gott. Das ringt von Gott. So in Römer 8. In Römer 8. 1. 1. 1. 2. 4. 5. 5. 5. 5. 6. 7. 7. 8. 8. 9. 9. 9. 10. 10. 15. 16. 17. 18. Okay, ich glaube, dass du jetzt mal bist. Okay, okay. Aber wenn wir glauben und nicht glauben, dann könnte das passieren. Wir können länger passieren. Bis das die geistliche Welt getroffen wird. Wo du, der Sehnen eigentlich gesehen von Ans Handjaff, Ans da nicht alles mit Arm schenken. Wow. Ist das nicht wundervoll? Du hast ihn sehen, warum würde er da nicht dort ewig aufhören? Ja. Der Hef? Der Hef? Wo du alles erst in dein Glauben annehmen und dort anfangen zu sprechen. Ob er dort wird, dort wird gewollt, krankwärtschen, von wie das Glauben was wir dort haben. Und durch die Zwischenzeit kommt so viele Versicherungen in deinem Ans unschmieren, weil wir Angst von Gott versprechen loszukriegen. Und wir haben... Angst mehr entwiebeln. Ja. Wir sprechen sehr in der Beginn und wir freuen uns, wieder Gottes in Wut zu lernen. Amen. 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 Untertitelung des ZDF, 2020